Wir melden uns wieder zurück. Jetzt kam ja längere Zeit kein Video von uns. Hatte damit zu tun, dass ich verhindert war, indem ich im Krankenhaus war. Jetzt haben wir die Bopeb Superbla 1 für euch. Importeur ist schon Nico, nicht mehr Georg Richter. Das heißt, die sind etwas neuer. Hersteller ist immer noch Junglong Hong. Ja, hier haben wir einen vollen Schinken. Muss man nicht viel zu sagen. Sind diese Päckchen drin und in diesen Päckchen sind diese Böller drin. Die Wandlung, sieht man schon, ist nicht mehr ganz so gut. Aber für heutige Verhältnisse immer noch okay. Oder beziehungsweise gut. Vorne zugestopft, ist klar. Ja, und schauen wir mal, wie die so sind. Wir zünden jetzt zwei Stück. Erst den einen, dann den anderen. Ist ausgegangen. So, nicht schlecht. Nochmal den zweiten hinterher. Die Enten beschweren sich auf dem See. Der hat mich abgeschossen. Ja, also die Teile sind noch recht gut. Echt eine ordentliche Lautstärke. Und sogar ein bisschen Druck. Und ja, sind sehr empfehlenswert. Das ist ein bisschen pfehlenswert. Untertitelung des ZDF, 2020